Wieso ist die Quest vom Eulenwald nicht mehr da? Wieso? 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 Tonika Rene Ah Die hat es bestimmt Auch? Okay Ah Dann Dualim auch Dann war das für Dualim Die anderen drei sind nämlich Dania Die werden sowas nicht haben Es waren nämlich nur drei Ach stimmt Stimmt Da war ja noch was Da fing ja gleich der Kampf an Wir haben ja noch die Die Und Ja Die Die Das 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 Und Das 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 war's für heute. So. Jetzt müsste ich alles haben. Jetzt gibt es nochmal. Der letzte Lutsch. Kriegen die anderen drei jetzt auch noch was? Nein. Remake? Oder Remaster. Das ist nämlich schon ein Unterschied. Remake heißt nämlich, dass die wirklich komplett neu machen. Das ist nicht so schlecht. Nein, das ist ja auch ein Fisch. Aber es ist nicht nur ein Fisch. Ja, das ist ja. Fisch. Fisch? Fisch? Fisch. 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 Ich habe das Gefühl, dass ich so gemacht habe. Es ist gut. Ich habe es entschieden. Wir waren alle einigen. Aber wenn wir die gleiche Freundinnen haben, dann würde ich es gut sein. Du bist gut, Ruhuru. Ja. 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 Du kannst doch deinen besten Freund nicht einfach allein lassen. Hm? Aber... Lüngel... Lüngel ist, wie sie sich nicht mit uns sind... Ich weiß nicht, was ich nicht! Ich weiß nicht! Ich bin nur ein Kind, der ich nur eine Familie. Dann ist es gut, oder? Wenn ich zurückkehren, dann kann ich dich nicht ändern. So ist es gut? Wurru... Wurru! Ich wünsche mir die Freunde von uns. Ich wünsche dir nicht mehr Zeit. Das ist doch gut. Ja. Herr und Frau, Sie haben auch ein wenig zu sagen. Sie haben gesagt. Ja. 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 Ich hab mich dazu. Ich hab mich darauf an. Sie sind ein Wunsch von Feitig. Annenberg. Ich bin dein Wunsch. Das ist dein Wunsch. Das ist dein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Hüttelblatt bei Ons Wenn du vielleicht nicht, dann lass uns noch etwas wiederholfen Gehört es dir. Ich verstehe es, aber ich würde machen, dass es gut für mich. Wollen wir mal an das, was ich. Ihr seid, das Geht zu machen. Wenn du dich nicht mehr, wenn du möchtest, dass es gut ist. Aber ich denke, das ist ein Länen. Ich denke wirklich. Ich fühle mich an meinen Sieben. Ich glaube, dass ich nicht so schlecht sein. Ich denke, dass du es nicht leid. Ich denke, das ist ein sehr, was ich. Ich denke, bei der Tüo-Harrim ist es ein bisschen ausz�an. Ich hoffe, dass ich nicht mehr in der Zeit gerne sein kann. Ich hoffe, dass ich heute schon etwas, wenn ich mich nicht mehr so gut fühle, was ich. Ich denke, dass ich es nicht so gut. Hier gibt es Teleporter. Das ist eine Art, die das Gehirn des Gehirn des Gehirn des Gehirn des Gehirn des Gehirn. Ich muss jetzt nicht mehr sagen, dass ich die Frau nicht so schreien. Moment! Ich weiß, ob ich die Rede weiß? Es ist nicht so, dass ich diese Rede nicht verließe. Ich habe es nicht verletzt. Ich habe es nicht verletzt. Das ist das! Der Kling ist einltım. Wenn wir werfen, dann schlafen wir! Okay, die ist ein Fressa. Der Kling ist zu flink. Ich hätte vielleicht warten sollen, wenn ich gelandet bin. Ich bin gelandet, ich bin gelandet. Ich bin gelandet. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber wenn wir uns hierbleiben, dann wird die Verkaufs noch größer. Das ist ein schweres Ding. Ah, ich verstehe. Ich bin froh. Das ist das letzte Mal. Ich werde dich wieder襲ern. Wenn du dich schlappst, dann kannst du dich schlafen. Ich werde dich schlafen. Ich werde dich schlafen. Ich bin froh. 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 Wenn du hier bist, dann kannst du dich schlafen. Das ist die Welt der Heiligen Geist. Das ist die Welt der Heiligen Geist. Das ist die Heiligen Geist? Wenn du jetzt mein Geist des Lebens schlafen herausgekontest, fällt mir zuh, oder? Ich wäre auch so ein Schlafen, das fragt. Du kennenzulernen. Du hast dich nicht so gesehen. Du stellst dich für mich, oder? Du wirst du so, wie ich es nicht wissen. Du hast es meinennehmen, was du gesehen? Ich würde das hier nicht einfach bei dir eine solche Elemente. Du hast, vielleicht eine Möglichkeit ist. Vielen Dank. Das ist die Technik von Helgheim-Kill. Diese 300 Jahre... Nein... Ich glaube... Lana und Lana haben diese Leute gesehen. Ich glaube, diese 300 Jahre... Das ist das erste Mal. Ich glaube, es ist eine sehr technische Technik, aber ich glaube, dass ich mich so interessiert habe. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Ich weiß, dass ich hier nicht so weit weggehe. Aber woher geht es? Woher geht es? Woher geht es? Das ist die Mitte der Welt, oder? Das ist doch nicht so weit, was ich? Ich weiß, dass ich nicht so weit weggehe. Es gibt keine Möglichkeit, die ich nicht so weit weggehe. Ich weiß, dass ich diese Art von Helgaim Kiel haben, dass ich immer lange Zeit langsamer. Ich weiß, dass ich es sicher. Da vorne ist auch der Zeugel, der Zeugel Jehovas. Dann nicht so viel Heilung, der wird mir wahrscheinlich den Arsch aufreißen. Das ist... Das war's für heute. Warte mal, der ist doch... Meteorit! Warte mal, der ist doch... Warte mal, der ist doch... Warte mal, der ist doch... Ja, verdammt! Ja, verdammt! Ja, verdammt! Nice, das hat sogar funktioniert! Komm, jetzt doppelte Meteora! Lass das, während ich zaubere! Ja, verdammt! Hm, ich hätte vielleicht warten sollen mit der. Ja, jetzt hätte ich sie nicht gebraucht. Ja, verdammt! 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 ultra, verdammt! Ja, verdammts! Ja, verdammt! Ja, verdammt! Ich habe es noch nicht so gut, aber ich habe es noch nicht so gut, aber ich habe es noch nicht so gut. Und tschüss. War das der letzte Zeuge? Erstatten wir Bericht. Wir gönnen ja wieder zurück. Wir haben den Zeugel auf Rena gefunden und ihn ausgelöscht. Hier ist sein Gewebe. Oh, wunderbar. Sieht so aus als hätte ich die Richtigen gefragt. Oh, ich kann es kaum erwarten, alles zu analysieren. Ich weiß nicht, ob ich mit unseren Vorfahren jemals einer Meinung sein werde. Das wird eine Menge Arbeit erfordern, soviel ist klar, aber du schaffst das bestimmt. Wieder einmal überschätzt du meine Fähigkeit, was solche Sachen angeht, Kisala. Ich überschätze dich gar nicht. Schließlich hast du die Kluft zwischen Danean und Renean überbrückt. Du bist jetzt also fertig mit ihnen? Bin ich jetzt dran? Ja, tu was du willst. Ich widme mich jetzt wieder meiner Forschung. Okay, wir haben wieder was. Wir haben noch was zu tun. Jetzt wird der andere was. Von uns. Oh? 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 Untertitelung des ZDF, 2020